Und hier kommt die Sarah und Diana Show. Herzlich Willkommen zur erste Sarah und Diana Show. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns so sehr und wir möchten hier noch ein kurzes Wort an unsere internationalen Zuschauer auch noch wenden auf Englisch. Dear Guys, we love you all around the world. Thanks for tuning in. We always enjoy your support and we're going to have a lot of fun. We're going to show you our top products over here. Jetzt kommen nämlich unsere absoluten Bestseller. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne unserem lieben Kollegen, dem Ingo. Ja, willkommen zur Weltpremiere der Sarah und Diana Show. Welcome. Wir kommen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in der ganzen Welt zur ersten Ausgabe. Die allererste Ausgabe unserer Sarah und Diana Show. Und da fangen wir mal an. Wir haben das als Top Ten. Wir haben jetzt Platz Nummer 10 für Sie. Ja, und das ist was ganz Besonderes. Das haben sich die Damen ausgelöstet, was für die Wohnung, was platzsparend ist, was Ordnung schafft. Ordnung können wir alle brauchen. Und Sarah trägt gerade rein. Yes! Vielleicht erkennen Sie schon, es ist unsere faltbare Truhe. Genau, das ist eine Sitztruhe. Das bedeutet, hier haben Sie nicht nur was für Ihre Platzsparung gemacht, sondern wir fangen mal mit dem Weißen an. Das ist mein Liebling. Sie können sich sogar draufsetzen. Das ist super. Das nimmt keinen Platz. Ja, weil, guck mal, das ist so dünn. Wann hat das zu, aber wie viele Sachen haben wir immer in unserer Wohnung? Ja, Bücher zum Beispiel oder Deckel, Kabel, alles. Das ist super, super Gerät, oder? Das ist ein tolles, ja, funktionales Möbelstück. Und Sie sehen, es hält auch einiges aus. Es passt nicht nur richtig viel rein. Theoretisch kann man da auch reinsteigen, weil da ist wirklich viel Platz für Decken, für Kabel, das Ganze für einen unfassbar günstigen Preis. Einmal hier in Weiß, wo die Diana drauf sitzt. Wir können richtig viel auch drauf. Also ich glaube, 30 Kilo kann da draufstehen, wenn mich nicht alles irrt. Und das sieht natürlich toll aus in Weiß. 300 Kilo höre ich gerade. Also da passt richtig viel. Wir können da beide draufstehen. Ja, und passt zu meiner Wohnung zum Beispiel. Ja, komm, wir stellen uns beide mal drauf, damit Sie sehen, dass halt eine ist aus. Bis zu 300 Kilogramm. Also das brauchen wir immer, um Sachen zu verstauen. Das macht natürlich Spaß, wenn man ein schönes Möbelstück hat, wo aber auch eine Funktion dabei ist, oder? Ganz genau. Das sind unsere zwei faltbaren Klappboxen. In Schwarz und in Weiß haben wir die. Sehr schick. Also man kann man das richtig Ordnung schaffen. Und eben tatsächlich, je nachdem, wie Ihre Wohnung eingerichtet ist, suchen Sie sich aus, ob Sie schwarz oder weiß wollen. Es ist sehr strapazierfähiges Kunstleder oben, was Sie auch ganz einfach abwischen können. Es hält 300 Kilo, können Sie da draufsetzen. Das bedeutet, Sie können sich da draufstellen, draufsetzen oder sogar sich die stapeln natürlich auch. Es ist wirklich schick, gerade so für kleines Zeug. Kann man überall hinstellen, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer. Hier ist wirklich die Funktion. Es verstaut Dinge und es sieht richtig toll aus. Und gut für Gästezimmer auch, oder? Ah, genau. Ich sage Ihnen mal die Bestellnummer. Wir haben die 2 in 1 Sitzbank und Truhe in Weiß mit der Bestellnummer NX62636569. Und in Schwarz haben wir die mit der Bestellnummer NX62635569. Denken Sie an die 569. Sie haben diesen Preis für die nächsten 2 Stunden aus der Sarah und Diana Show, die Weltpremiere unserer Show. Und da ist, das war unser Platz Nummer 10, sehr praktisch, sehr ordentlich. Und wir kommen jetzt schon tatsächlich zu unserem Platz Nummer 9. Absicht. So, jetzt haben wir es endlich hingekriegt, das Ding zusammenzubauen. Das ist natürlich genial. Wir kennen das alle. Kontoauszüge, Briefe, private Daten. Das will man ja nicht, dass es jemand sieht. Und genau dafür haben wir unseren Karten- und Aktenvernichter. Und was würdest du da zum Beispiel drin kaputt machen? Ich weiß nicht, ich wohne in Deutschland fast 5 Jahre. Und ich weiß nicht wie Sie, aber ich habe so viele Papier. Also das ist mehr als 5 Kisten oder so. Und ich denke, dass es so wichtig ist, ein Gerät wie diesen haben. Weil Sicherheit, das ist ein wichtiges Gefühl. Das ist ein wichtiges Gefühl vor allem. Es geht ja hier auch um Ihre Sicherheit. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier kommt ein Mikro-Cut raus. Das bedeutet, das ist so klein, das ist wie Konfetti. Da kann keiner Ihre Daten klauen, ob es jetzt Kontoauszüge sind oder private Briefe. Einfach hier oben reingesteckt und schon geht das Ganze los. Sogar Karten kann man damit kaputt machen. Du musst es anmachen und dann steckst du es mal rein. Dann wirst du sehen. Zack, zack, da geht es schon los. Schauen Sie mal. Da kann man sich bis zu 5 Blatt Papier gleichzeitig reinlegen. Es ist ja ein Thema heute. Auf diesen ganzen Dokumenten sind ja Kontonummern, persönliche Informationen, wie man nicht will, dass jemand anders hat. Weil so leicht wird Schindlieder damit getrieben. Man kann ja, wenn man die Kontonummer und die Adresse hat, heute schon Sachen im Internet bestellen. Und um sowas zu umgehen, ist so ein Aktenvernichter einfach unumgänglich. Wir machen die ganzen privaten Daten ab sofort weg. Und das können Sie auch. Und das Schöne ist, wenn Sie sich mal anschauen, was da rauskommt, das kann man ja gar nicht entziffern. Oh mein Gott. Hier kann man ja richtig eine Konfetti-Party damit starten. Jetzt haben wir den Boden hier versudelt. Aber da sehen Sie es, hier kann man einfach nichts mehr erkennen. Und darum geht es um Ihre Sicherheit. Es ist praktisch und ein super Preis. Sehr gefragt bei uns. Und wir wollen eben nicht, dass jemand unsere privaten Daten sieht. Und daran sollten Sie auch denken, weil das ist wichtig, oder? Ja, ich denke, das ist super. Jetzt viele Leute arbeiten im Homeoffice. Und ich denke, das ist ein Must-Have in jedem Office. Super Geld. Nein, es kann tatsächlich sogar Checkkarten und Kreditkarten shreddern. Das ist unser Sicherheitskarten- und Aktenvernichter mit MikroCut. Mit der Bestellnummer NX3316569. Denken Sie an die 569. Für zwei Stunden ist der Preis gültig. Rufen Sie am besten sofort in, damit Ihnen das niemand wegschnappt. Unter unserer gebührenfreien Nummer 0800 51 51 und dreimal die 4. Sie können so oft anrufen, wie Sie wollen. Es kostet Sie keinen Cent. Es ist gebührenfrei vom Festnetz und vom Handy. Mit der Bestellnummer NX3316569, unser Aktenvernichter. Jetzt kommt schon unser Platz Nummer 8. Und das ist was für den Haushalt. Die Nummer 8. Und das passt ja natürlich. Jetzt haben wir gerade hier Dreck gemacht. Und schon haben wir den perfekten 4in1-Akku-Zyklon-Staubsauger. 3in1-Akku-Zyklon-Staubsauger. Hier hat man die Funktion, einmal nass zu wischen. Hier sind verschiedene Aufsätze. Das kommt alles mitgeliefert. Sie haben hier zwei Wischpads, die Sie abnehmen können. Mikrofasertücher, die man waschen kann. Da können Sie tatsächlich nass wischen. Und natürlich haben Sie hier auch eine ganz normale Staubsauger-Funktion, womit Sie einfach Staubsaugen können und sogar das Ganze noch auseinanderbauen können, sodass Sie das zum Beispiel auch als Handstaubsauger nehmen können. Und hier haben Sie die vollste Power. Willst du mal zeigen, wie das als Halbstaubsauger aussieht? Schauen Sie mal, hier haben Sie den Handstaubsauger. Mit der gleichen Kraft kann man hier quasi als Handstaubsauger dann direkt in jede Ecke kommen, in jede Fuge. Auf Möbelstücken, den Boden natürlich auch. Hier hat man eine Eco-Funktion, eine Power-Funktion. Und ich bin halt fasziniert, weil man nicht nur normal Staubsaugen kann, sondern schauen Sie mal, hier kann man tatsächlich auch ganz normal nass wischen. Hier kommt die Flüssigkeit rein, die Reinigung und die Aufsätze. Kann man individuell drauf machen und das für einen Preis, der gigantisch ist, weil eigentlich hat man hier drei verschiedene Staubsauger in einem. Ja, du hast den Handstaubsauger, du hast den Bodenstaubsauger und du hast den Wischautomaten. Alles in diesem tollen Gerät. Es ist unser Spitzenhand-Akkusauger, kann man sagen. Weil er der stärkste, leistungsstärkste ist, den wir haben. Und schauen Sie mal den Wisch-Aubsatz. Sie brauchen kein Wischwasser mehr mitzunehmen. Es ist alles mit dabei, wenn Sie das bestellen. Er ist die Hängevorrichtung, ist gleichzeitig die Ladestation. Das heißt, wenn Sie damit fertig sind, hängen Sie ihn einfach an die Wand und der wird automatisch geladen. Unser 3 in 1 Akku-Zyklon-Staubsauger. Das ist beutellos, ganz modern und ein richtig kräftiger Staubsauger mit 20 Kilo Pascal. Das ist halt was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und Sarah, zeig uns jetzt mal die Wischfunktion. Die Wischfunktion geht natürlich auch. Hier können Sie natürlich auch nass wischen, was natürlich super ist. Das bedeutet, Sie brauchen keinen Eimer mit sich herumschleppen. Hier haben Sie einfach auch die Möglichkeit zu wischen, nass sauber zu machen. Schauen Sie mal, der wendet sich um jede Ecke. Ist natürlich genial. Das Ganze ist so leicht akkubetrieben. Sie brauchen keine Müllbeutel mehr aufgrund dessen, dass es diese Zyklon-Technik hat beim normalen Staubsaugen. Und hier einfach den entsprechenden Aufsatz drauf machen. Und schauen Sie mal, für den kleinen Preis haben Sie quasi eine Wischfunktion und zwei Staubsauger in einem. Und das ist natürlich clever gelöst, weil damit macht natürlich das Saubermachen zu Hause auch Spaß. Diana, willst du auch mal? Das ist aber so schön, weil man wirklich nicht mehr diesen Eimer mit sich herumschleppen muss. Und das ist halt wirklich anstrengend auch. Und ich finde einfach, hier hat man in einem Gerät eigentlich alles super leicht. Es ist ein Handstaubsauger, ein Bodenstaubsauger und ein Wischautomat. Alles in einem. Das ist eben das Praktische. Und er hat wirklich eine enorme Saugkraft mit diesen 20 Pascal. Normale Staubsauger haben 10, 15 Kilopascal. Und wir haben hier 20 Kilopascal. Das ist eben stärker als ein normaler Staubsauger. Sie haben kein Kabel, keinen Schlauch, wenn Sie saugen. Und hier haben Sie eben zusätzlich nochmal diese tolle, tolle Wischfunktion. Der poliert ja auch noch richtig dabei. Schauen Sie mal, wie das rotiert. Das ist natürlich genial. Hier, das ist ja nur ein Aufsatz. Wenn man überlegt, da ist ja auch noch der normale Staubsaugeraufsatz mit dabei. Mit den rotierenden Bürsten unter und drunter. Da wird richtig sauer gemacht. Die passenden Aufsätze noch zwei Stück. Alles wird mitgeliefert. Alles für einen so gigantischen Preis. Für nicht mal 180 Euro. Also das braucht jeder Haushalt, meiner Meinung nach. Was denkst du? Ich denke, das ist super, weil mit diesem Gerät, du kannst alles putzen. Und zum Beispiel auch, ich reise viel und ich muss mein Auto so offen putzen. Und mit normalem Staubsauger, das geht nicht. Aber für diesen Preis, ich denke, das ist ein super Gerät. Und ja, ich kaufe das sofort und ja, ich kann nur empfehlen. Also Auto sauber machen, das ist natürlich eine super Idee, weil man natürlich auch mit dem langen Hals überall hinkommt. Und dann ist das natürlich super. Da kann man sagen, welchen Aufsatz möchte ich gerne drauf machen? Möchte ich vielleicht in jede Rille reinkommen oder tatsächlich die Flächen am Fußbereich sauber machen? Hiermit sind Sie mobil. Einfach an die Akkustation, die automatisch auch noch mitgeliefert wird, dranhängen. Das lädt sich, es wiegt nicht viel. Und man muss kein Kabel und kein ganzes Gerät noch mit sich herumschleppen. Ganz genau. Hier ist an alles gedacht. Gerade fürs Auto, diese normalen Handstaubsauger, die machen halt nur juh, 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 saugen aber nichts weg. Das ist ein richtig kraftvoller Hausstaubsauger. Und kabellos, leicht, wirklich universell einsetzbar. Unser 3 in 1 Akku-Zyklon-Staubsauger eben mit dem Wischaufsatz. Und Konfetti ist auch schon weg vom Boden. Und Konfetti ist auch weg. Sehen Sie, was wir eben an Dreck gemacht haben, haben wir mit Nummer 8 schon wieder weggemacht. Ah, super. Wirklich sehr leicht. Unser 3 in 1 Akku-Zyklon-Staubsauger mit Wischaufsatz mit der Bestellung NX4855569. NX4855569 für unseren 3 in 1 Zyklon-Staubsauger mit Wischaufsatz. Jetzt kommen natürlich Versandkosten frei. Für zu Ihnen nach Hause zum TV-Sonderpreis. Die nächsten 2 Stunden für 179,54 Euro. Ein super Preis für ein super Produkt. Ist auch oft bei unseren Haushalts-Top10 ganz oben immer mit dabei. Wir haben jetzt Platz Nummer 8 und kommen jetzt sofort, bleiben im Haushalt, zu Platz Nummer 7. Wir bleiben beim Haushalt. Wir bleiben beim Haushalt. Und das ist unser absoluter Bestseller. Der ist jetzt also wirklich ein Schmuckstück. Der war bei allen unseren Top 10 im Haushalt im Bestverkauf und meistbeliebt. Letztes Jahr Platz Nummer 1. Und wir haben ihn jetzt hier in der Sarah und Diana Show. Genau, das Schöne ist, Diana hält ihn schon so hoch. Schauen Sie mal, das ist ein ganz kleiner Fensterputzroboter. Mit ganz wenig Flüssigkeit können Sie Ihre Fenster sauber machen lassen. Und ich sage bewusst lassen. Hier sind Mikrofasertücher dran, die man einfach abmachen kann. Die kann man in der Waschmaschine waschen. Da werden 3 mitgeliefert, die Flüssigkeit auch. Und das Schöne ist, hier sind Sensoren. Das bedeutet, überall wo das Fenster aufhört oder fließen oder die Duschkabine, weil das geht auf allen glatten Flächen, hört er auf sauber zu machen. Und das bedeutet, der weiß einfach, wo er sauber machen muss. Sprüht ganz dezent, ganz wenig von dieser Flüssigkeit dann raus, die wir Ihnen mitliefern. Können Sie auch nach Belieben Ihre Reinigung reinmachen oder Wasser. Und dann wird das Ganze so richtig schön sauber gemacht. Wir sehen das bestimmt auch gleich im Zuspieler. Und das ist das Schöne, weil es geht um Ihre Sicherheit. Sie wollen ja nicht auf den Fenstern herumklettern, sondern hier wird für Sie sauber gemacht, während Sie sich zurücklehnen und das ganze Leben genießen. Ja, und ich muss sagen, bei mir zum Beispiel, das ist so schwer, diese Dachfenster putzen. Weißt du, diese Putzen, du kannst nicht... Von unten? Ja, das ist super geht. Also bei mir geht nur mit diesem Fensterputzroboter. Und ich glaube, wir haben... Das ist ein Must-Have, ja? Ja, und es hat auch einen Innovationspreis gewonnen, 2019 Innovation Award. Warum? Weil es einfach so etwas vorher noch nie gab. Ganz einfach, es hat hier übrigens eine Sicherheitsfunktion. Das wird strombetrieben. Sie haben eine Fernbedienung. Per App können Sie das Ganze kostenlos auch noch betreiben. Und das Schöne ist, es hat einen Sicherheitsakku. Das bedeutet, der fällt nicht ab. Das wird mit Unterdruck festgehalten an Ihrem Fenster. Und alles wird so richtig schön sauber gemacht. Hier sieht man auch noch mal den Preis. Und das Tolle ist einfach, Haushalt muss sein. Fenster sauber machen, verschiebt man eigentlich immer nach hinten. Und hier wird das Ganze übernommen. Hast du das schon oft zu Hause gemacht, Diana? Ja, natürlich. Ich denke, das ist so wichtig, offen Fenster zu putzen. Ja, aber ich verstehe, das ist manchmal sehr gefährlich. Und ich denke, mit diesem Gerät, Sie können sicher sein, ja? Und bei Ihnen, dass alle Fenster sind sauber. Blitze blank. Ja, blitze blank. Sie kriegen die Fenster nicht so sauber wie unsere Roboter. Ich habe schon diverse Sendungen, da macht auch mit dir teilweise und mit euch. Das ist halt, man kriegt es nicht so sauber. Er macht alles von selber. Man braucht eben kein Techniker zu sein dafür. Das ist natürlich deine Erfahrung. Meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist das auch. Also es ist wirklich einfacher, weil da muss man nichts mehr so selber ran. Und hast du das schon selber oft gemacht, so hier? Nur in den Sendungen oder hast du dir schon eins geholt? Er ist auf meiner Geburtstagsliste, weil ich begeistert bin von diesem Produkt. Das ist, man muss auch nur einen Knopf anmachen und drückt Start. Dann geht's los. Man muss kein Techniker sein, nichts programmieren. Und er macht einen super, super Jobs. Gerade wie Diana gesagt hat, von unten eben. Das ist wirklich schrecklich. Oder wenn man sich rausbeugen muss, um Fenster von außen zu machen. Man setzt ihn einfach ran. Er saugt sich richtig fest ran. Wir haben dran gerüttelt, wir haben ihn nicht runtergekriegt vom Fenster. Und fängt eben an zu saugen. Er hat ein 5 Meter langes Kabel dabei. Das heißt, er macht auch große Fenster, ohne dass Sie etwas machen müssen oder nachrutschen müssen mit einer Leiter oder sonst irgendwas. Sie brauchen keinen Eimer mitzunehmen. Mit Flüssigkeit ist alles da mit drin. Da ist auch weniger Flüssigkeit natürlich. Man muss keinen Eimer mitnehmen. Weniger Schadstoffe natürlich. Aus meiner Sicht, wenn man nicht so viel Flüssigkeit bzw. Reinigungsmittel braucht. Hier ist auch noch ein Sicherheitsseil, falls Sie irgendwie öfters mal Stromausfall hatten. Ansonsten haben Sie hier Ihr Sicherheitsakku. Das bedeutet, es hält noch eine Weile am Fenster, selbst wenn Sie mal Stromausfall haben, aufgrund des Unterdrucks. Und ich bin halt wirklich begeistert, dass die Sensoren randlos sauber machen können. Und das für einen so gigantischen Preis. Das ist, was du sagst, er erkennt den Rand vom Fenster, er braucht keinen Rahmen. Das heißt, wenn es aufhört, dann kehrt er einfach um. So im Bad Fliesen, dann geht er über in Tapete. Er merkt, aha, hier sind die Fliesen vorbei, ich kehre wieder um und geht ihm nicht auf die Tapete und macht die noch dreckig und nass. Und wie gesagt, an allen glatten Oberflächen, inklusive Fliesen, wo also auch Fugen sind, ganz, also es ist ein Innovationsprodukt der Extraklasse, muss man sagen. Habt ihr es sehr schön gemacht, das hier auf Platz Nummer 7. Ja, 7 und das ist auch zu Recht Platz Nummer 7, das war auch schon Platz Nummer 1 bei uns. Weil es ist einfach etwas, das bereichert ihr Leben, weil sie einfach nicht mehr in Gefahr kommen, indem sie auf irgendwelchen Leitern herumsteigen und ihre Zeit auch anders nutzen können, als sich immer übers Fenster zu hängen. Und dann haben sie das Geschmotze. Hier wird alles für sie dezent gemacht. Und wer hätte das gedacht? Ein Roboter für die Fenster, der alles für sie übernimmt. Ein Roboter. Ein Roboter für die Fenster. Ja, das ist super. Und ich normalerweise die Fenster putze, dass es so lange Zeit immer braucht, oder? Lässt du ihn? Und jetzt, du kannst einfach anschalten und genießen deine Familie, deine Zeit mit Familie oder Freude. Ich glaube, das ist super. Super Gerät und super kleiner Fensterputzroboter zu einem unfassbaren Preis. Unser Profi-Fensterputzroboter mit Sprühfunktion, mit der Bestellnummer NX6057569. Die Bestellnummer ist die NX6057569. Natürlich, versandkostenfrei. Sie müssen ein paar Tage warten, bis er kommt. Es wird allerdings nicht berechnet, bis er zu Ihnen nach Hause kommt. Und seien Sie dabei bei der nächsten Lieferung. Die sind schnell ausverkauft. Und verlieren Sie nicht Ihren Platz in der Reihe. Rufen Sie jetzt an unter 0800 51 51 3 mal die 4. Aber wir machen jetzt schon weiter mit Platz Nummer 6. Und Platz Nummer 6 ist was zum entspannen. Das ist eine wunderbare Magic Box, wie Diana gerade so schön gesagt hat. Weil, was kommt jetzt, Diana? Oh mein Gott. Was kann... Wer liebt nicht Massage? Jeder liebt Massage. Jeder liebt Massage. Und das kommt auch noch per Vorwagen in einer Box. Und das ist auch noch unsere Premium-Massagepistole. Denn die kann so viel. Sie kann ihr Leben einfach verschönern. So, wenn man den erstmal anschaut. Diana, wir kennen das zu gut. Wir haben das schon öfters verwendet. Hier unten wird das einfach angeschaltet. Sie haben hier eine wunderbare Box mit 6 verschiedenen Massageaufsätzen. Und ich fange mal einfach mit der großen kugelformigen an. Hier haben Sie ein wunderbares Farbdisplay, wo Sie Ihren Akkustand sehen können. Und die Stufe, die Sie eingestellt haben. Sie haben hier 20 Vibrationsstufen, Intensitätsstufen. Wo Sie wirklich von dem Nacken bis zu den Füßen sich richtig schön massieren können. Und mal zur Erholung kommen. Das führe ich jetzt auch mal gleich vor. Diana hat schon angefangen. Ja, weil zwei Tage vor, wir haben ein bisschen Sport gemacht. Jetzt haben wir ein bisschen Muskelkater. Das stimmt. Und dieses Gerät hilft mir sehr. Aber das ist nicht nur für Leute, die machen Sport. Ja, auch für Leute zum Beispiel. Wir haben Schwerbeine oder Beine ein bisschen verkramt. Ja, das sind so viele Gründe. Also es macht einfach Spaß, weil man wirklich die Muskeln damit ein bisschen entlasten kann. Aber auch wirklich abends gemütlich vom Fernseher. Und Sie sehen, es ist sehr leise. Man kann vielleicht auch mal seinem Partner was Gutes tun. Man kann in jeder Zone, wie man möchte, ganz einfach. Ich habe diese Massagepistole, muss ich sagen. Oder Massagehandgeräte oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Für mich ist das die kleine Massagepistole. Und damit habe ich sechs Aufsätze. Und ich sage Ihnen was, mein Lieblingsaufsatz ist der kleine, chronische. Weil damit kann ich meine Füße so richtig schön selber mal massieren. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, Akupunktur wird häufig beworben. Dafür haben wir auch einen Aufsatz. Da können Sie an Zonen rankommen. Das kann man gar nicht so selber mit der Hand massieren. Oder Diana? Natürlich. Und ich denke, das ist auch so gut mit Partner massieren. Ja, weil manchmal du fragst, oh, Schatz, kannst du bitte mir ein bisschen Fußmassage machen? Und natürlich, jeder kann das nur maximum fünf Minuten machen. Und dann, sorry, ich habe keine Lust mehr. Ja, aber mit diesem Gerät, das ist so leicht. Ich liebe das. Und ich denke, jeder von unserer Firma hat dieses Gerät schon. Und wir haben sogar dem Ingo mal eine Handmassage gegeben, also ich sogar. Und schauen Sie, das ist natürlich genial. Mit diesem chronischen Aufsatz kommen Sie an Ihre Fußreflexzonen, in den Händen, schön die Waden, Schulterbereich natürlich auch top. Wir zeigen Ihnen auch gleich mal die ganzen Aufsätze. Vielleicht sehen Sie das auch mal im Zuspieler. Da ist ein pilzförmiger dabei, ein Akupunkturaufsatz, ein kleiner runter, ein großer runter. Und das Schöne ist halt wirklich, Sie haben 20 Stufen und können je nach Bedarf sich die entsprechende Aufsatz dann nutzen und die entsprechende Intensität. Hier sehen wir auch noch mal alle Aufsätze, die mitgeliefert werden mit Ladegerät und der Box. Und das Schöne ist, das hält mehrere Stunden. Also das kann man auch mobil einfach mitnehmen. Oder, wenn wir das nächste Mal Sport machen gehen draußen, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Und für diesen Preis, ich kann nicht das glauben, ja, 71,24 Euro, Sie müssen diesen Preis nutzen. Super. Nein, vor allem, die kommt ja mit den Aufsätzen, mit dem Koffer. Das ist ein wirklich gutes Gerät, es liegt super in der Hand, muss man einfach sagen. Und ganz einfach zu massieren. Sie können auch nicht zu hart massieren, da ist dann ein Notstopp drin. Hier sehen wir gerade mal, wie man die Stufen einstellen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Sarah hat das gesagt, sie hat mir die Hand mal massiert. Das hat sich sehr entspannend angefühlt. Und gönnen Sie sich einfach mal was und gönnen Sie sich eine Massage mit unserem Akku-Hand-Massagegerät mit sechs Aufsätzen und dem tollen Koffer mit der Bestellnummer NX4144569. Die Bestellnummer dafür ist nochmal die NX4144569. Rufen Sie an, bestellen Sie. Sie können so oft bestellen, also fünfmal bestellen und Sie können, wie gesagt, am Tag so oft bestellen, wie Sie wollen. Es wird alles gesammelt und erst am Ende des Tages zusammen losgeschickt. Wenn Sie über 150 Euro sind, schenken wir Ihnen sogar noch die Versandkosten dazu. Das war unser Platz Nummer sechs und wir haben jetzt schon die Hälfte rum. Ach Mensch, das geht viel zu schnell. Das geht viel zu schnell. Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat, sagt man auf Englisch. Und wir machen jetzt weiter mit den Top fünf und hier ist unser Platz Nummer fünf. Und es geht los mit Sport. Sport ist gesund, hält fit, man bleibt in Bewegung, man kommt in Bewegung, man kann seinen Körper in Gang kriegen. Und da haben wir diesen wundervollen Heimtrainer mit dem super bequemen Sitz. Ich habe den schon ein paar Mal vorgeführt, tolle Sache, oder? Und hast du den Stick rein? Ja, es ist eine tolle Sache. Man kann den auseinanderklappen, zusammenklappen. Sie haben es gerade gesehen und da sind Rollen dran. Das bedeutet, er nimmt nicht viel Platz weg. Und Sie haben für einen kleinen Preis einen richtigen kleinen Heimtrainer zu Hause, wo Sie tatsächlich radeln können. Also das ist toll, weil Sie wirklich auch hier Ihre Größe einstellen können, einen Sitz, den Sie zurückschieben können. Und schauen Sie mal, der ist richtig toll gepolstert. Ich habe jetzt hier ein Kleid an, ich drehe das mal so hin, dass das züchtig bleibt. So, wir sehen hier zum Beispiel die Schlaufen an den Füßen. Hier ist für Sicherheit gesorgt worden. Das kann man auf jede Größe anpassen. Und schauen Sie mal, ein wunderbares Display, wo mir anzeigt, Schnelligkeit, Zeit, Kalorien, Platz, Platz, Pulsmesser. Und das Ganze ist abgepolstert. Und dann können Sie sagen, möchte ich mich zurücklehnen und trainieren? Oder möchte ich mich nach vorne beugen und richtig sprinten? Und hier geht es einfach darum, platzsparend haben Sie ein richtiges Multitalent zu Hause, bei dem Sie wirklich in Bewegung bleiben. Was so ein bisschen auch so für den Sommer vorbereiten zu einem Schnäppchenpreis. Und da immer noch sogar auf Ihren Puls achten können. Vielleicht sich kleine Ziele setzen können für Ihre Kalorien, wie viel Sie da verbrennen möchten. Und das ist das Schöne, weil es wenig Platz einnimmt. Und hier haben Sie halt acht Stufen, die Sie sich so einstellen können. Und das wird jetzt auch, wenn ich höher gehe, etwas anspruchsvoller für die Herrschaften, die auch was für Ihre Muskulatur machen möchten. Oder Sie machen das etwas leichter, wenn es einfach darum geht, zehn Minuten Ihre Lieblingsserie anzuschauen oder Ihre Lieblingsfernsehsendung. Vielleicht noch was zu lesen, weil hier haben Sie eine Ablagefläche auf Ihrem Display für Ihr Tablet oder für Ihr Telefon. Und dann können Sie richtig schön radeln. Also das ist wirklich hervorragend. Und ich finde es halt super, weil es so wenig Platz wegnimmt und dennoch hier ein Display hat, leise ist. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, es ist kabellos. Auch hier haben Sie kein Kabel. Und das ist das Tolle, Sie brauchen keinen Stromanschluss. Das ist das Beste, weil deshalb Sie können diesen Heimtrainer zum Balkon nehmen, zu jedem Raum, zu mitnehmen. Ich weiß nicht, immer wann möchten Sie Sport machen, nachts, morgens, mittags. Sie können das immer machen und Sie steuern niemanden, weil das ist so leise. Also nachts, Sie können das im Schlafzimmer auch machen. Immer wann haben Sie Lust. Wir zeigen mal, wie schnell man das zusammenrollen kann und wie man zusammenschieben kann und dann wegrollen kann. Also hier, Sie ziehen einmal den Stick raus, das ist das Tolle. Dann zieht das einmal zusammen, zack, und dann können Sie sagen, tschüss, ich bringe das jetzt ins andere Zimmer, wie so ein Bügelbrett. Und trotzdem haben Sie so einen richtigen Heimtrainer bzw. Fahrer zu Hause. Das hast du ja auch schon mal ausprobiert. Ja, es ist unglaublich beeindruckend, wie leise das ist. Man hört es einfach nicht. Es ist sehr, sehr, sehr bequem durch diesen Sattel. Es ist einfach zusammenklappbar, kann man dann einfach hinter die Tür stellen. Man braucht keinen extra Raum dafür. Und was auch toll ist, das Display hat richtig große Zahlen. Ich bin Brillenträger und kann ich auch ohne Brille diese Zahlen eben lesen. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Es ist an alles gedacht dabei. Und es ist, hören Sie mal, ich höre nichts und ich sitze direkt daneben. Das ist auch ungewöhnlich für diese Heimtrainer. Ich habe einen zu Hause, der macht einen Krach. Das ist unvorstellbar. Boah, ich möchte Ihnen mal das Display zeigen. Schauen Sie mal, es ist so leicht mit Diana, kann ich sogar umdrehen. Kommen Sie aufs Display. Ihr habt Spaß dabei. Ja, hier ist das Display. Ein wunderschönes, großes Display ist auch noch natürlich mit dabei. Wo Sie sehen, Schnelligkeit, Zeit, Kalorien, Puls. Das ist doch wichtig. Schauen Sie mal, wirklich an alles ist gedacht. Hier für Ihr Tablet noch eine Ablagefläche, gepolstert. Puls können Sie sich anzeigen lassen. Und dann, wie gesagt, überall weich und perfekt. Ganz leicht, ganz einfach zu verstauen. Und wie du gesagt hast, du hörst nichts. Wir hören selber auch nichts. Und wie gesagt, man braucht keinen Strom. Und darum geht es. Jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt der Frühling. Man muss ja auch wieder ein bisschen was für seine Figur machen. Wir fangen hier schon an. Schauen Sie mal, sie strampelt schon. Und es geht einfach darum, wieder in Bewegung zu bleiben. Was für seine Erholung zu tun. Und ein bisschen was für seinen Puls. Das kann niemandem schaden. Das wird von jedem Arzt quasi empfohlen, immer in Bewegung zu bleiben. Und das können Sie hier gelenkschonend vor dem Fernsehen zu einem klitzekleinen Preis. Und ich weiß, man holt sich selten Sportgeräte. Aber jetzt ist der Moment, wo Sie ganz wenig bezahlen. Und dann haben Sie keine Ausreden mehr. Müssen nirgends mehr hinfahren und sich extra umziehen. Da haben Sie alles da. Schauen Sie mal, die Diana schafft das sogar mit High Heels. Wow. Ich fahre zu meiner Traum-Sommer-Fingur. Sie fährt zu ihrer Traum-Sommer-Fingur, sagt sie. Sehen Sie, das können Sie auch. Und wenn Sie mal ein Bäuchchen haben vom Winter oder so, das geht ihr auch damit weg. Und darum geht es eigentlich auch. Es ist vor allem auch gut, überhaupt was zu machen, dass man überhaupt mal was sich bewegt. Sie werden das merken, dass Sie sich sehr schnell beweglicher fühlen, gesünder fühlen. Und das macht ja Glücksgefühle auch. Das ist unser Club-Heimtrainer mit Rückenlehne. Platz Nummer 5 mit der Bestellnummer NX 7902569. Kommt natürlich auch versandkostenfrei zu Ihnen. Unser Club-Heimtrainer mit Rückenlehne NX 7902569 ist die Bestellnummer. Rufen Sie an. Die sind sehr, sehr, sehr beliebt, diese Heimtrainer im Moment, weil wir halt alle drin sind im Moment. Und da habt ihr was ganz, ganz Tolles ausgesucht. Wir haben es nicht ausgesucht, wir haben einfach geguckt, was wurde von unseren Zuschauern am meisten gekauft und dafür haben wir uns entschieden. Ihr habt auch die Auswahl ein bisschen. Jetzt kommt jedenfalls schon unser Platz Nummer 4 für Sie. Das ist einer unserer Super-Bestseller, weil er so praktisch und sicher und einfach zu verlegen ist. Genau. Das ist eine Autorückfahrkamera, die ist natürlich besonders wichtig, wenn wir Frauen einparken möchten. Oh mein Gott. Oder wenn Sie aufhören. Das ist eine Katastrophe. Oder wenn Sie Fahranfänger sind oder vielleicht haben Sie das gar nicht im Auto. Und schauen Sie mal, Sie haben hier ein Nummernschild mit integrierten Kameras, mit einer integrierten Kamera. Und was ist das hier an der Seite nochmal? Das sind diese Pieper, die wir in der Entfernung müssen. Und ein Monitor, wo Sie alles direkt von innen noch beobachten können. Das hat Diana schon in der Hand. Ganz einfach anzubringen. Sie müssen nicht irgendwelche Leitungen legen. Nur dieses Kabel wird angeschlossen hinten. Und dann haben Sie wirklich hinten an Ihrem Nummernschild auch eine Kamera dran, wo Sie einfach schauen können, fahre ich jetzt vielleicht irgendwo dran. Weil manchmal sieht man das halt auch nicht. Und hier schauen Sie mal, es ist unauffällig. Da kommt Ihr Nummernschild einfach reingeschraubt. Das kann man ganz einfach auswechseln. Hier mit dem Monitor, das Ganze für 123,49. Das ist ja wirklich Technologie, weil oftmals haben ja diese Autos das gar nicht mehr. Das ist normalerweise für Oberklassenautos. Ich hatte das mal in einem Leihwagen und fand das toll. Weil man eben hinten sieht, ich bin mal gegen so einen Poller gefahren, gegen so einen kniehohen Poller. Der war nicht zu sehen. Der war einfach nicht zu sehen. Und es war zum Glück nur ein Blechschaden. Aber wenn da ein Kind gewesen wäre oder irgendwas. Mit so einer Kamera haben Sie immer den totalen Überblick. Du wechselst einfach das Nummernschild aus mit dieser Halterung. Und dann legst du das Kabel an den Rückscheinwerfer. Dann weiß er, wann die Kamera angehen muss. Das ist super durchdacht, dass es genau dann den Strom kriegt, wenn ich den Rückwärtsgang reinlege. Und dann sehen wir das Bild vorne auf dem Monitor im Fahrerinnenraum. Und einfach anzubringen. Und es ist natürlich lustig, weil Menschen gehen immer davon aus, dass Frauen nicht einparken können. Aber im Endeffekt ist das nicht nur für die Einparkgeschichte, sondern... Nicht nur für die Frauen. Genau. Und vielleicht geht es ja auch darum, jemand hat sie angefahren. Und dann haben sie halt wirklich auch mal die Möglichkeit, danach zu schauen und was nachzuweisen. Weil heutzutage, das ist ja auch... Daran denkt man ja auch zum Beispiel als Frau, ne? Also es nimmt nicht auf, aber du kannst sehen, wenn jemand kommt und dich darauf vorbereiten. Ja, das meine ich ja. Also du kannst sehen, wenn dir jemand hinten drauf fährt, mit einem Nummernschild, keine Ahnung, was auch immer du hast. Ja, genau. Du siehst das Nummernschild von dir. Auf Parkplatz, weißt du, eine Sekunde und ich weiß nicht, diese Mädchen schon da und ja, 0,5 Sekunde vorher, sie war nicht da. Also das ist echt komisch, aber mit diesem Geld, das ist so wichtig. Und heute zeigen wir nur die Sachen, welche wir nutzen. Also ich habe diese Rückkamera und ich empfehle deshalb diese Kamera. Ich habe sie noch nicht, das ist wirklich auch, weil das bei den Zuschauern so beliebt ist. Aber ich denke, wenn man nicht selber schon am Auto solche Kameras hat, dann macht das auf alle Fälle Sinn. Weil es kostet nicht viel, es ist einfach anzubringen. Und das ist bei uns wirklich sehr gefragt. Vielleicht können wir das mit unseren Frauenworten nicht ganz so schön erklären. Aber wirklich, das ist für ihre Sicherheit und das macht natürlich auch das Einparken und Fahren einfacher. Ja, und da haben wir jetzt eben den TV-Sonderpreis. Das ist ja das Tolle. Die TV-Sonderpreise sind zwei Stunden gültig und immer preiswerter als Pearl.de und immer deutlich preiswerter als der UVP. Sie sparen zum UVP 38 Prozent und er schaltet sich eben automatisch ein, wenn Sie den Rückwärtsgang einschalten, weil er den Strom halt von den Rückfahrlampen kriegt. Das ist das einzige Kabel, was man da ranlegen muss. Aber das ist sehr, sehr leicht. Und dann müssen Sie einfach nur noch Ihr Nummernschild austauschen und schon haben Sie eine Rückfahrkamera. Das ist ja ein Luxus. Ein Auto-Pimping also quasi. Pimp my car. Ja, Pimp my car, genau. Und das für eine kleine Summe. Und das eben für eine kleine Summe, ganz genau. Das ist unsere Autorückfahrkamera mit Monitor vorne, dass Sie immer sehen können, was hinter Ihrem Auto passiert, wenn Sie rückwärts fahren. Eben wie Diana gesagt hat, auf Parkplätzen beim Supermarkt, weil da passiert es wirklich so schnell, dass irgendwas hinter einem ist, was man vorher nicht gesehen hat. Unsere Funk-Rückfahrkamera in Nummernschildhalter mit der Bestellnummer PX4155569. Die Rückfahrkamera mit der Bestellnummer PX4155569 zum TV-Sonderpreis von 123,49 Euro. Sehr, 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 sehr beliebter Artikel bei uns, weil es halt einfach einzubauen ist. Sie brauchen kein Kabel von hinten nach vorne zu legen, sondern es wird via Funk von der Kamera direkt auf Ihren Monitor übertragen. Das war jetzt Platz Nummer 4. Ja. Wir kommen aufs Podest. Wuhu, jetzt kommen wir zum Top 3. Platz Nummer 3. Die Nummer 3 kommt jetzt. Unser Platz Nummer 3, das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Unser Full-HD-Monitor. Unser Full-HD-Monitor, der kann angeschlossen werden als Zweitmonitor zu einem Computer. Oder Sie können, was wir gleich mal machen werden, das Handy anschließen dran und dann auf einem großen Monitor sehen, was auf dem kleinen Monitor von Ihrem Handy eben ist. Das ist wirklich was Tolles, wenn man Filme, Fotos und so weiter nicht auf dem kleinen Handy-Monitor sieht, sondern auf dem großen Monitor, wo man dann eben deutlich bessere Sicht hat. Alles, was er braucht, ist ein Stromkabel, Stromzufuhr und dann können Sie alles, was ein Kabel hat, hier anschließen über HDMI. Die Damen machen jetzt mal Selfies und die wollen wir gleich. Die wollen wir jetzt auf diesem Monitor sehen, weil das ist ja auch schön, wenn wir abends zum Beispiel schlafen gehen, also natürlich nicht wir zusammen, sondern generell. Da möchte man vielleicht noch einen Film angucken oder Bilder, was würdest du machen? Und auch, ich muss sagen, immer wann besuche ich meine Eltern, ich nutze diesen Monitor für meine Eltern, weil ich möchte so viele Sachen zeigen, Bilder. Ich war hier, ich war dort und immer, dass es so viele Leute, meine Familie, ja und jeder will was schauen, ja. Und mit diesem Monitor, das ist so einfach, dass jeder kann sehen. Und das zeigen wir jetzt auch. Ja, hier haben wir jetzt das Handy, wir haben ein Selfie geschossen, die Diana und ich, wir stecken das jetzt hier an und ich finde auch der Monitor ist so unfassbar leicht. Jetzt haben wir hier den Monitor angeschlossen, jetzt gehe ich mal auf das Bild. Sie sehen hier, Sie sehen hier auf dem Monitor, was auf dem Handy gerade gezeigt wurde. Das ist doch der Wahnsinn und schauen Sie mal die Qualität an und das halt wirklich auch in groß, weil es ist halt anstrengend. Vielleicht haben Sie Besuch da, Enkel, Kinder, die wollen Ihnen Bilder zeigen und dann ist das Ganze so klein. Und hier haben Sie einfach diesen ultra tollen Monitor, wo Sie Ihre Filme, Ihre Bilder auch, aber gerade wenn Sie jetzt Gamer sind und Spiele machen möchten, da können Sie das Ganze ganz einfach sehen und schauen Sie mal, das ist sehr, sehr leicht und sehr, sehr dünn. Viel, viel leichter, wie man diese Tablets eigentlich kennt. Und das ist natürlich super, wenn man das einfach mobil mitnehmen will, einfach ans Telefon dran. Und dann haben Sie alles in Großformat und das braucht heutzutage jeder und das ist sehr beliebt bei uns. Das ist also eine Lieblingsserie gucken, wenn man unterwegs ist, einfach mal auf dem großen Monitor gucken, was eben auf dem kleinen Handy poppelig aussieht. Muss man ja sagen. Oder Sie können es eben als Zweitmonitor für Ihren Computer oder Sie können das eben als Zweitmonitor für Ihren Computer machen. Es ist wirklich, wirklich sehr praktisch, sehr elegant. Alles, was Sie brauchen, ist die Bildquelle über HDMI und Strom und schon haben Sie Ihr Handy gespiegelt auf dem Monitor. Jetzt machen wir doch noch ein Bild. Jetzt gucken wir mal, ob das auch direkt live geht. Ha! Direkt live? Das ist ja der Wahnsinn! Also ich kann hier auch einfach direkt filmen und habe das direkt drauf. Weißt du, was mache ich so offen? Ich koche was und dann muss ich ein Recipe schauen, ja? Und das ist sehr, sehr praktisch. Wann kannst du nicht auf kleinem Handy gucken, ja? Du hast einen großen Monitor. Das ist sehr, sehr praktisch. Tja, sehr praktisch. Zeig mal, wie dünn und elegant und schön der ist. Also das ist ja wirklich, ich könnte das theoretisch hier zu dir rüberwerfen. Gucken Sie mal. Aber besser nicht. So, aber besser nicht hier. Das ist so leicht. Das kann man theoretisch mit zwei Fingern einfach so, mit Zeigefinger, Mittelfinger festheben. Das ist so einfach. Und es ist auch ganz nett, neben Bett oder Sofa ein bisschen was anschauen, gemütlich gucken Sie mal. Das ist so leicht. Weil mein Tablet, muss ich sagen, was ich habe zu Hause, da ist ja so viel integriert, das ist richtig schwer. Oder per Gucken auch gut. Hier hat man den Vorteil, es ist leicht und man kann einfach jedes Gerät anschließen. Ja, und super, super elegant, gerade für Reisen. Und es ist unser TV-Sonderpreis. Wir gucken mal auf pearl.de, was der normal kostet. Da kostet er knapp 169 und wir haben ihn heute für 20 Euro weniger. Da sparen Sie richtig Geld. UVP sparen Sie sogar 50 Prozent, weil das einfach wert ist. Es ist einfach schöner, diese Sachen auf einem großen Monitor zu sehen, als eben auf dem kleinen Handy. Und die Damen haben so viel Spaß damit. Sie haben gesehen. Man kann sich selber drin sehen, vom Handy und dem Bild. Weil Reisen mit Kindern zum Beispiel, das ist auch ein gutes Gerät. Im Zug zum Beispiel, im Auto, im Flug. Ich denke, das ist ein super, super Gerät. Und Qualität sehr hoch. Und hier sind auch integrierte Lautsprecher, hast du gesagt. Und man kann hier auch den Stift durchschieben. Das bedeutet, dadurch steht er dann auch. Also hier kann man den Stift durchschieben, dann hat man hier den auch noch so stehend auf dem Schreibtisch. Aber integrierte Lautsprecher in so einem schmalen Tablet oder beziehungsweise Full-HD-Monitor, das ist natürlich auch super. Das würde man gar nicht denken, dass der das hat. Nein, die Auflösung und das Bild ist einfach super toll. Das ist unser, hier sehen wir mal den Ständer. Da sehen Sie, unten ist ein Stift reingesteckt. Und dadurch kann man den als Ständer benutzen. Diesen Stift ein ganz tolles Produkt. Unser ultradünner Full-HD-Monitor mit der Bestellnummer NX4933569. NX4933569 für unseren Ultra-HD-Monitor. Wirklich, das macht einfach Spaß und Sinn, wenn man auf Reisen ist, wenn man das als Zweitmonitor benutzen will. Unser Platz Nummer 3, die Bronze-Medaille, sagen wir mal. Ja, und jetzt nehmen wir mal. Und jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Machen wir mal einen Trommelwirbel schon mal. Hier kommt unser Platz Nummer 2. Musik. Oh, das ist der digitale Funk-Kopfhörer. Oh ja, der ist natürlich gigantisch. Also schauen Sie sich mal alleine nur die Ladestation an. Das gibt es ja so eigentlich gar nicht. Hier wird Ihr Kopfhörer direkt geladen und das nehme ich einfach ab. Schauen Sie mal, wie schick das aussieht. Ja. Das passt ja in jedem Wohnzimmer ist das ein Design-Highlight quasi. Also schauen Sie mal, wie dünn der ist. Und dann nehme ich das ab. Gepolsterte Kopfhörer. Überall oben an den Seiten, überall gepolstert an den Ohrmuscheln. Sie haben hier die Möglichkeit, direkt abzuspielen und einfach sich direkt anzuformen. Und das für einen Preis, weil normalerweise zahlt man für solche Kopfhörer mehrere hundert Euro. Und glauben Sie es mir, ich hatte schon mal beim Flughafen keine Kopfhörer und habe das gemacht. Jetzt ärgere ich mich. Und hier kann man einfach direkt alles abspielen, aufsetzen, super bequem. Ich glaube, das ist ein super Gerät. Und mein Empfehler, das für Ihre Kinder oder Enkelkinder kaufen, weil normalerweise diese Kopfhörer kosten ein bisschen höher. Ja, wir kennen viele Analogen von diesem Headset. Und ich denke, das ist super, weil das sieht so bequem. Man hat auch viel Reichweite. Also man hat damit auch eine längere Reichweite. Das bedeutet, man kann auch mal den Raum verlassen, in die Küche gehen. Und trotzdem kann man zum Beispiel, wenn man das mit dem Fernseher angeschlossen hat, weiterhören und die Sendung weiterhören. Und ich finde das auch sehr praktisch, gerade wenn zum Beispiel der Partner schon schläft und man möchte einfach gemütlich noch was anhören. Dafür ist es perfekt, weil es halt nicht diese In-Ohr-Kopfhörer sind, sondern es ist außen und es ist wirklich angenehm, auch für eine längere Zeit zu tragen. Hast du schon mal solche Kopfhörer getragen, Ingo? Ja, ich liebe diese Über-die-Ohren, Ober-die-Ohren, Ober-die-Ohren nennt sich das. Und an denen hat man hier, wie du sagtest, hier außen kann man laut und leise stellen. Man schließt die einfach an den Fernseher zum Beispiel an und kann dann abends Fernsehen gucken, ohne seinen Partner zu stören, ohne die Nachbarn zu stören. Gerade wenn sie ein bisschen schlechter hören, können sie es so laut machen, wie sie wollen. Sie werden niemanden stören. Ich höre überhaupt nichts anderes. Wenn ihr was sagt, müsst ihr mich anstoßen. Das ist optimaler Genuss eben für Fernsehen. Sie können aber jede Audioquelle anschließen. Und ich höre immer noch nichts. Ihr müsst mich anstupsen, wenn ich aufhören soll. Ja, das ist ja wirklich genial, weil man wirklich halt damit auch einen absolut genialen Soundgenuss hat. Also es ist jetzt hier nicht nur die Optik und die Bequemlichkeit und dass es stylisch ist. Sie haben ja genialen Soundgenuss, wirklich so wie Sie das brauchen. Hier können Sie alle Tonarten hören, wenn Sie gerade Fernseher schauen oder Musik hören. Das hat ja auch mit Emotionen zu tun und wir lieben Musik. Und dafür möchten wir das auch richtig hören, ohne dass man abgelenkt wird. Und für Sport, genau. Also dafür ist es auch genau. Ganz toll. Also ich finde das toll, dass ihr den auf Platz Nummer zwei gemacht habt. Den digitalen Stereo-Funkkopfhörer mit Akku, der eben auch so leicht zu laden ist auf dieser eleganten Ladestation. Mit der Bestellnummer ZX1840569. ZX1840569 für den TV-Sonderpreis von 47,49 Euro. Schau mal, wie elegant diese Ladestation ist. Da schließen Sie einfach hinten Ihre Audioquelle an und können dann das hören, was Sie wollen. Und der hat sogar einen Toss-Link, das heißt diesen Surround-Sound optischen Audio-Eingang, den digitalen, womit Sie Ihre Musik, Ihre Fernsehensendungen oder Schallplatten hören wir hier gerade. Alles. Ja, da kann man alles mit hören. Klar, ich denke, das sind Multitalente-Köpfe. Ja, es ist wirklich toll, wenn Sie eben niemanden stören wollen beim Hören, beziehungsweise auch, um beweglich zu sein und in der Küche noch zu hören, wenn mal ein Werbespot läuft, kann ich wirklich nur empfehlen. Die Spannung ist riesengroß. Jetzt geht's los. Hier ist unser Platz Nummer eins. Los, wir machen bei Ulla. Ja, boah. Hier ist unser Platz Nummer eins. Aber Moment, erstmal ein paar Facts für Sie, was es überhaupt ist. Es ist eine mobile Party-Anlage, wo Sie per Bluetooth, per USB-Stick Musik anschließen können. Sie haben ein blaues LED-Licht. Sie haben hier eingebaut ein Radio mit drin, wo Sie 50 Kanäle abspeichern können. Ein Akku, wo Sie auch quasi Kier-Karaoke-Funktion nutzen können, weil Sie Ihr Mikrofon anschließen können. 50 Sender können Sie abspeichern. USB-Stick rein oder Speicherkarte, so wie wir jetzt. Und dann geht das Ganze los. Absolut genialen Knacken. Und Sie sehen, Sie haben hier zwei Boxen, also Lautsprecher-Boxen, die da rauskommen. Und wunderbar beleuchtet sie top aus. Aber genug geredet. Wir zeigen Ihnen, wie viel Party und Spaß man damit haben kann. Mach mal lauter, Diana. Und leicht ist es auch noch. Das ist auch noch. Mach mal laut. Das ist auch noch. Da kombiniert. Coole Partyanlage, ne? Für eine perfekte Gartenparty. Also der Klang ist genial. Und hier schauen Sie mal, das Rädchen zum Hoch- und Runterdrehen. Eine richtig stylish, schöne Party. Da steht Ihrer Gartenparty nichts im Weg, weil wenn wir schon draußen vielleicht nicht so oft feiern, hier können Sie zu Hause feiern für nur 56,99 mit Radio und Kahlooke. Inga, gut. Yes, Ingo. Sie sehen, da kommt auch schon ein Schwung, weil der Sound ist natürlich top. Das habe ich von Anne-Kathrin gelernt. Das habe ich von Anne-Kathrin gelernt. Come on, baby. Kommt von uns. Ingo. Der Sound ist top. Karaoke geht auch noch damit? Oh, ja. Machen wir eine Karaoke-Farty. Ja, und schau so mal die Beleuchtung an. Da brauchen Sie nicht mal Licht. Für ein blaues Licht. Einfach ruhig Bistik rein und abfeiern. Guck mal, alle Leute tanzen. Das könnt ihr auch. Bestellnummer brauchen wir doch. Wir bestellen unsere Platznummer Uno, Nummer Uno, Number One. Unser Platznummer Eins. ZX 1740 569. ZX 1740 569. Für unseren Platznummer Eins. Das wird Ihre Nummer Eins sein, wenn Sie das nach Hause holen. Schauen Sie mal diese Party hier auf der Küche. Das mag einfach Spaß. Sie können auch zu Hause Party machen. Und das für ein kleines Geld. Mit so viel Spaß. Schön, dass Sie dabei waren heute. Zur Weltpremiere der Sarah und Diana Show. Wir danken Ihnen. Das können Sie auch schön, dass Sie dabei waren. Wir rufen Sie an. Ja, das ist traurig, oder was? Machen wir Musik. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei unserer Weltpremiere der Sarah und Diana Show. Unsere Top Ten von den beiden Damen. Haben Sie viel Spaß bei den Gruppen. Und bleiben Sie bei euch.